Christina und Luca Henni aus Let's Dance sind das Traumpaar schlechthin. Seit ihrer ersten Begegnung in der RTL-Tanzshow sind sie unzertrennlich. Nach ihrer Hochzeit 2023 und der Geburt ihrer Tochter im Juni, zeigen sie uns, wie stark ihre Liebe wirklich ist. Doch jetzt gibt es Aufregung. Luca hat in ihrem Podcast Don't Worry, wie Henni offenbart, dass Christina ihm vorwirft, unbewusst zu flirten. Während der Sänger auf Eu-Flirt-Pause zu sein scheint, sieht Christina das ganz anders. Sie ist überzeugt, dass Luca ständig am Rumschäkern ist. Und als ob das nicht genug wäre, schlägt Luca einen verrückten Wettbewerb vor. Christina soll in einem gewagten Outfit durch die Stadt laufen, während er sie aus der Ferne beobachtet. Natürlich ist das alles nur ein Spaß, denn beide betonen, wie stark ihre Beziehung ist. Erfahrt mehr über die süßen Details aus ihrem Alltag und wie sie ihre Liebe auf Social Media teilen. Schaut rein und lasst euch von den Let's Dance Stars verzaubern.